Also wenn ich eine palästinensische Flagge zeige, dann ist das noch kein Zeichen von Antisemitismus? An und für sich nicht. Also es gibt eine Jerusalem Declaration on Antisemitism. Das ist ein Versuch, Antisemitismus so wissenschaftlich wie möglich zu definieren. Und da stehen dort auch klare Aussagen wie, die Unterstützung für Palästina ist nicht ipso facto, an und für sich, Antisemitismus. Es kann mit Antisemitismus in Verbindung kommen. Das könnte es werden. Aber im Prinzip ist die palästinensische Flagge kein Zeichen von Antisemitismus. Aber Free Palestine ist verboten bei Demonstrationen, weil es ein Ausdruck von Antisemitismus ist oder nur Gegnerschaft zum Staat Israel. Jetzt sind wir bei der Definition. Das ist wieder eine Frage der Definition. Free Palestine from the river to the sea bedeutet eigentlich, wenn man den Inhalt genau betrachtet, dass man Israel als Staat beseitigen soll. Die Beseitigung von Israel ist an und für sich nicht unbedingt Antisemitismus. Das ist eine Frage wieder der Definition. Wenn aber damit gemeint wird, dass man nicht nur den Staat Israel beseitigt, sondern auch die Juden, die in Israel leben, dann sind wir schon im Bereich des Antisemitismus. Dann, wenn die Leute das beabsichtigen, wenn sie diesen Slogan skandieren, dann sind sie schon im Bereich des Antisemitismus. Dann, wenn die Leute das beabsichtigen, dann sind sie schon im Bereich des Antisemitismus.